Okay, Vorstellungsküste, wir haben Brooklyn, Stacy und Skipper verloren. Was sollen wir jetzt tun? Gib uns ein Zeichen! Nicht schlecht, Insel. Das war eindeutig. Es soll uns daran erinnern, dass wir alles sehen können, auch wenn wir es uns nur vorstellen. Als wir uns von unserer Fantasie haben mitreißen lassen, wurden unsere Freunde und Familie auch weggerissen. Von uns! Aber wenn unsere Vorstellungskraft sie weggeschickt hat... ...kann sie unsere Fantasie auch wieder zurückbringen. So! Wuh! Gleich und mutig, furchtlos und lustig. Ich kann mit alles tun, was mir gefällt. Tapfer, stark und ein guter Freund. Ich weiß, was mein Herz fühlt jetzt dran. Auf Freundin ist alles besser. Oh ja, aufglaub an Familie, lass es sein, wie es damals war. Verbunden für immer. Das ist echt ganz toll! Und wir sind alle lieb, zusammen. Ja, ich glaub dran, ich schwimme mit Skipper. Was geht? Ja, ich glaub dran, verbunden wie Schwestern. Tanzen mit Brooklyn, Basketball mit Stacy. Dann sind wir bald zusammen mit Freunden und Familie. Wuh! Da seid ihr ja wieder. Ja. Als alles so chaotisch wurde, haben wir uns einen ganz ruhigen Ort vorgestellt. Und dann waren wir auf einmal hier. Wir haben nicht gewollt, dass unsere Träume uns trennen. Wir auch nicht. Deshalb haben wir uns vorgestellt, wieder zusammen zu kommen. Wir uns auch. Oh! Jetzt wird's richtig lustig. Wer war das? Cherry, schön, euch kennenzulernen. Klingt so, als hättet ihr die wahre Magie der Vorstellungsküste entdeckt. Malibu, hier gibt es sprechendes Obst und Unmengen von Eis. Und das soll nicht die wahre Magie sein. Hier habt ihr gelernt, dass ihr alles sein könnt, was ihr euch vorstellt. Seht mal her. Oh la la. Ich liebe es nicht schlecht. Was ihr euch auch vorstellt, ihr könnt es kreieren. Passt gut auf. Aber so sehr wir diese super originellen Outfits und tollen Schaukeln auch lieben. Materielle Sachen sind nicht das Wichtigste. Nicht einmal Unmengen von Eis. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Träume und Fantasien mit unseren Freunden und Familien teilen können. Denn der wahre Zauber dieser Insel ist, dass wir alles gemeinsam erschaffen haben. Ja, fruchtastisch. Vielen Dank nochmal für den Ratschlag. Ihr seid wirklich zwei helle Köpfchen. Danke nochmal. Bis dann. Was für ein Urlaub. Und wir werden gerade noch rechtzeitig zu Ken's Modenschau zurück sein. Bleibt nur noch die Frage, wie wollen wir die Insel wieder verlassen? Ich nehme an mit dem Traumschiff. Äh, ja. Aber ich meine, wie sollen wir diesen Ort für die nächsten Besucher hinterlassen? Was wäre das Beste für sie? Wir könnten die Insel in eine Hüpfboppe wandeln. Oder in eine Eislaufbahn. Oder in einen riesigen Donut. Ich glaub, ich hab Hunger. Wow. Wir hatten so eine tolle Zeit auf der Insel. Ich hoffe, dass die nächsten Urlauber genauso viel Spaß mit ihrer Fantasie haben werden, wie wir. Das ist es! Das fühlt sich richtig an. Komm schon, wir müssen eine Modenschau besuchen. Ja, das stimmt. Das ist es! Woh-oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017